Drama Content mit Paco. Das bin ich! Drama Content, Baby! Leute, was geht? Meine Fresse, ich hab ein bisschen was schleifen lassen. Ich sag's wie es ist. Ich dachte mir, hm, mach ich dazu ein Video oder mach ich dazu kein Video? Hier bin ich. Ich mach doch dazu ein Video. Es geht natürlich, wie alles gerade, um die Unge-Thematik. Aber, wir haben noch nicht genug Drama. Leute, es ist echt viel passiert. Mein letztes Video ging um Mama. Davor das Video ging um Unge, okay? Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich in diesem Video war, aber das waren die ersten Anschuldigungen, die gegen Unge reinkamen. In dieser Zeit ist unfassbar viel passiert. Rachel-Video, iBlali-Video, Kiki-Video, Carina-Pusch-Video, Tweets. Auf ein paar davon möchte ich heute eingehen, okay? Es ist wirklich krass, was da abging hinter den Kulissen. Angefangen bei dem Rachel-Video. Bei dem Rachel, äh, die ganze Wahrheit von ihrer Seite aus erzählt, die etwas glaubwürdiger klang. Die dann aber bestätigt wurde von mehreren Tweets. Tweets! Und iBlali. iBlali hat ein, äh, halbe Stunde Video, ähm, rausgebracht. Er hat in diesem halbe Stunde Video beschrieben, wie seine Beziehung zur Unge war, beziehungsweise ist, beziehungsweise war. Ab 2015 hat er alles offengelegt, ähm, es fing an mit ha-ha-hihis und dann ernstgenommenen ha-ha-hihis bis hin zu... Im Grunde genommen hat Unge iBlali aus Madeira, von Madeira, in, in, drin, von Madeira, rausgemobbt. Daraufhin hat Unge das unfassbar beschissenste Statement-Video aller Zeiten rausgehauen. Aber nicht, weil ihr denkt inhaltlich. Wobei... Sondern, es war hochkant. Im Stream haben wir uns das auch reingezogen und wir hatten ein... Hydraulik-Pressen-Video, Subway-Surface, Minecraft-Jump'n'Run, Only-Satisfying-Videos, Indian-Street-Food-Videos und Teppichreinigung. Damit will ich komplett einschlafen bei diesem unfassbar langweiligen Ausblick, den er hatte. By the way, ging das Video 45 Minuten und er war 45 Minuten an diesem einen Spot mit seinem Hund. Nice. In dem Video hatte er alles mehr oder weniger irgendwo von sich selbst aus bestätigt und meinte, ja, er hatte Probleme und ja, es stimmt irgendwo und blablabla. Aber da ist ein bisschen mehr passiert in dem Video. Er hat teilweise ganz viele Sachen gedroppt. Zu ganz nebenbei. Zum Beispiel hat er gedroppt, bei wem es um Mara ging. Und zwar um Lena Vanille. Oh, heißt sie Lena Vanille? Lena Vanille. Genau wie er ganz nebenbei gedroppt hat, dass sie zu dem Zeitpunkt minderjährig war. Hm, naja. Und in dem Video ging es darum, dass er sich komplett aus dem Internet zurückzieht. Ähm, was okay, fein ist. Ähm, er hat selber gesagt, er ist finanziell nicht davon abhängig. Mein Gott, Junge, ihm gehört einfach halb Madeira. Äh, daraufhin folgte dann noch eine, oder zwei kleine Sprachaufnahmen auf X, bei denen er das auch nochmal meinte, dass er abhaut. Ähm, und dann wurde es ruhig. Bis auf die Leute, die jetzt kamen. Und zwar rede ich speziell von Carina Pusch. Carina Pusch, die unfassbar, ähm, viel Kopfschmerzerei mit ApoRed damals hatte. Es heißt Red. Äh, sie hat auch ein Video rausgehauen, bei dem sie ihre Sicht der Dinge schildert. Und das auch nicht seit irgendwie gestern, sondern seit der kompletten ApoRed-Thematik. Zur Aufklärung, Carina Pusch hatte mit ApoRed einen unfassbaren Gerichtsstreit, äh, der sehr präsent im Internet war, bei dem es darum ging, dass ApoRed Carina Pusch sexuell belästigt haben sollte. Sie hat vor Gericht gewonnen, aber leider hat sie einfach nur verloren, äh, durch die ganze Thematik. Denn der allerechte Hase ist insolvent. Und sie musste die ganzen Gerichtskosten selber bezahlen. Und da wird's brisant, meiner Meinung nach. Und ein bisschen eklig. Und zwar fängt sie das Video damit an, dass sie mit Unge eigentlich einen sehr guten Kontakt hatte, ähm, und die beiden echt viel miteinander geschrieben haben. Und Unge hat sich relativ früh zu der ganzen Thematik eingemischt und hat, äh, ihr eine Sprachaufnahme geschickt, die sie nicht zeigt, was ich ziemlich fein finde, weil Chats und sowas liegen ist, nicht erlaubt. Auf jeden Fall hat Unge in dieser Sprachaufnahme ihr davon abgeraten, gegen ApoRed vorzugehen, weil er eine viel größere Community hat. Äh? Er meinte auf jeden Fall, dass es keinen Sinn macht, gegen ihn zu kämpfen. Didn't age well, ha? Während das alles passiert ist, hat Unge die beiden auch zu einem Talk eingeladen. Nicht nur zu einem, wenn mich nicht alles täuscht, sondern zu mehreren, aber zu, zu Talks auf jeden Fall, dass die das beide bei ihm im Stream klären. Okay, warum nicht? Bei der, bei einer Sache hatte Unge recht, und zwar hat ApoRed die größere Community. Und Carina Pusch musste sich unfassbar vielen Beleidigungen aussetzen, ähm, was, was ihr, ihrer Präsenz im Internet absolut nicht gut getan hat. Obwohl sie im Recht ist. Gerade deswegen wollte Carina Pusch, dass Unge Red keine Aufmerksamkeit mehr gibt. Keine Plattform, bei der er seine Lügen oder seine Sicht der Geschichte erzählen kann. Was er nicht wirklich annahm. Er machte weiterhin Talks mit ApoRed. Unge hat dennoch mit ApoRed Call bei ApoRed gehabt, ähm, und das Hochgeladen, dabei sogar ein Placement gehabt. Aber who am I to judge? Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass die beiden sich mehr oder weniger über dieses dreckige, hässliche, ähm, lustig gemacht haben. Ähm, das ist bezogen auf ein, auf ein YouTube-Video, das ApoRed damals hochgeladen hat, wo es um Sylvie geht. Ähm, die mit Carina Pusch gegen ApoRed vorgehen, vorgegangen sind. Haben das halt öfter mal zitiert. Und I don't know, man, das ist irgendwie, irgendwie nicht so geil, wenn du eigentlich auf Carinas Seite stehst. Aber, naja, egal, ist Vergangenheit. Ich check halt wirklich nicht, warum das damals nicht irgendwie schon aufgefallen ist. Aber okay, okay. Daraufhin hat Carina Pusch sich, äh, bei Twitter irgendwie aufgeregt. Und hat sehr reichweitschwach ein Tweet gegen Unge abgesetzt, der, pff, nicht viele Kommentare hatte. Aber es waren auch Kommentare drunter, ähm, wie, Unge ist ein Arschloch. Ja, okay. F-fein. Wenn man, wenn man, okay, ist beleidigend. Ja, aber, hey. Das war aber genug Grund für Unge, sich bei Carinas Verlobten zu melden, Tom. Denn dieser hat unfassbar viele Nachrichten von Unge bekommen, wie traurig er jetzt ist, dass Carina so gegen ihn vorgeht. Daraufhin hat Carina ihm eine 15-minütige Sprachaufnahme geschickt und hat ihre Sicht der Dinger geschildert, dass sie gar nicht beleidigend sein möchte und, und einfach nur ein paar Sachen angesprochen hat, die sie stören, die sie jetzt auch angesprochen hat. In dem Video, äh, dass ApoRed keine Reichweite bekommen sollte durch ihn und bla bla bla. Also ziemlich based eigentlich, okay? Unge hat darauf aber nie reagiert. I mean, ich kann Ihnen nicht böse sein. Die Sprachaufnahme war 15 Minuten lang, Alter. Mir hört sich sowas an. Pass beiseite, er hat darauf nie reagiert. Und das war's. Und das war's. Seitdem haben die keinen Kontakt und das ist halt, keine Ahnung, ein paar Jahre her. Also ohne Witz, das ist... Hä? In dem Carina-Pusch-Video geht's auch darum, dass, ähm, Unge angeblich, ähm, von Mimi weiß, dass Mimi noch viel schlimmere Sachen über ApoRed weiß, als nur das, was er in diesen ganzen Entschuldigungsvideos rausgehauen hat. Und da spricht Carina-Pusch auch wirklich richtig an, dass Mimi und Unge mehr über ApoRed wissen, das noch skandalöser wäre, als das, was jetzt schon da ist. Und dennoch ist Unge nicht zu 100% auf Carina-Pusch-Seite? What? Aber, eine Sache, und daher, Junge, der Übergangskönig. Mimi hat tatsächlich das hier gepostet. Ich kann alles bestätigen von Pushart, also Carina-Pusch. Carina sowieso based und hier verlinkt das Video. Ähm, also tatsächlich auch Mimi, ein langjähriger Freund von Unge, ist nicht mehr auf Unges Seite und bestätigt das, was die Gegenseite sagt. Und das finde ich wirklich richtig krass, wie viele Leute aus seiner alten Bubble oder von den Leuten, von denen man dachte, dass die cool sind miteinander, wie viele Leute plötzlich sagen, hey yo, das ist nicht der, den ihr kennt, man. Bei dem Rage und Iblali-Video war ich noch, habe ich versucht, noch irgendwie unparteiisch zu sein, weil da war sehr viel emotionaler Stuff, der passiert ist, bei dem man irgendwie noch nachvollziehen kann, dass irgendwie jeder eine andere Sicht auf die Dinge hat. Ähm, auch wenn es eindeutig Geschädigte gab, die ich hier nicht versuche, schlecht zu reden, okay? Aber trotzdem wirkte für mich super viel davon nicht wirklich handfest, außer die Chats, selbstverständlich. Dass Unge ge-gaslighted hat, ist nicht abzustreiten. Kommen wir zu Lena Vanille. Lena Vanille hat einen komplett langen Tweet rausgehauen, bei dem sie, äh, eigentlich nochmal alles bestätigt, was Iblali bzw. Unge in ihren Videos, in ihren Statements gesagt haben. Eigentlich sollte ja der Name nicht gedroppt werden, deswegen hat Iblali sie Mara genannt. Unge hat in seinem Statement-Video aber Lena, öh, Mara gesagt. Ähm, was ziemlich schwach ist, um ehrlich zu sein. Das ist nichts, was man nicht hätte rausschneiden können aus seinem Statement-Video. Auch wenn du 45 Minuten auf deinem Platz standest, aber das kann man rausschneiden, weil wenn der Name nicht bekannt sein soll, dann soll er nicht bekannt sein. Leute wissen jetzt, dass es Lena Vanille ist, um die es geht. Auf jeden Fall haut sie in diesem Tweet hier raus, ähm, dass tatsächlich, dass alles passiert ist, genauso wie es passiert ist. Vektor bzw. Iblali und Lena haben sich aber jetzt nach langer Zeit ausgesprochen und sind auf dasselbe Ergebnis gekommen, ähm, dass sie ziemlich viel manipuliert wurden. Ich hoffe trotzdem für beide, dass dieses ganze Thema irgendwie gegessen ist und dass die beiden irgendwie aus, mit irgendwelchen positiven Schlüssen irgendwie aus dieser ganzen Sache rauskommen können. Ähm, ja. Das ist die ganze Thematik bis zum Stand jetzt. 22.15 Uhr am 30.05. Ich bin euer Parkhontas. Was ist die Woche noch passiert? Ich war vorgestern in einem Livestream bei Philo drin, äh, wo er mit No Reacts Mr. More Game und Bachelor Baby in einem Talk war. Äh, ich muss zugeben, ich kannte Bachelor Baby nicht, hab aber relativ schnell herausgefunden, dass das die selben, einer von den selben Typen ist, die letztes Jahr, ähm, so, naja, etwas gequirlte Scheiße ins Internet in diesem Talk rausgehauen haben. Und die Sache ist eventuell schon wieder eskaliert, nachdem Mr. More Game gesagt hat, dass er bei dem Boxkampf von No Reacts und Bachelor Baby als Ringrichter, nee, wie heißen, wie heißen diese, die da, diese, die, die, der so Schild halten. Auf jeden Fall wollte Mr. More Game das machen und hat gesagt, äh, er wäre dann Opergrafer frei und Bachelor Baby würde einen Harten bekommen, wenn, äh, Mr. More Game das macht. Daraufhin ist, äh, Bachelor Baby rausgegangen aus dem Talk, ähm, mit einem Hölle nein! Ja, da fing das ganze Thema dann erst wirklich an, äh, denn beide Seiten haben dann noch gelästert, äh, in ihren jeweiligen Streams, in ihrer jeweils Bubble. Und, äh, da ist noch viel mehr Scheiße passiert. Meine Fresse, sind das, sind das, ei. Ich kann verstehen, dass, dass jemand, der in so eine Philo-Noriacs-Bubble reinkommt, nicht gerade von Anfang an mit ihrem Humor-Level auf einer Wellenlänge ist und deswegen vieles falsch versteht. Okay, es wurde auch geshootet gegen die, gegen die Bubble von Bachelor Baby, dass die ziemlich homophob sein oder, oder Rassismus fördern, ähm, was er die ganze Zeit dementierte. Lustigerweise oder eher traurigerweise ist genau das dann im Talk danach passiert. Denn wenn man bei Bachelor Baby ein Gay-Pride-Emote nutzen wollte, um zu sagen, hey, ich stehe für die Liebe für alle, wurde man getime-outet oder blockiert. Und ich finde, das war unfassbare, das war eine unfassbare Shitshow. Äh, dieses Gespräch bei Bachelor Baby mit seiner Bubble. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen anderen Leute da heißen. Ich hab da ein bisschen reingeguckt. Sorry, Jungs. Ich möchte euch auch einfach gar nicht kennen. Bla, 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 bla. Da war echt super viel Bullshit dabei. Mein Highlight war dann aber, und das ist, glaube ich, das Letzte, was ich ja zu dem Thema sagen werde, Mein Highlight war, dass Mr. Morgame eigentlich ziemlich unparteiisch war und, äh, sich von beiden Seiten gut integriert hat. Ähm, dann im Nachhinein bei Bachelor Baby reingeschrieben hat, hey, ich bin's, der alte dicke Mann. Und, hey, ich bin's, der alte Mann. Ähm, bla, 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 bla. Und hat gesagt so, äh, das war doch gar kein Angriff. Und daraufhin hat Bachelor Baby diese Entschuldigung angenommen und hat gemeint, ey, Mr. Morgame, du bist korrekt. Was aber, komischerweise, der Mod von Bachelor Baby nicht wirklich akzeptiert hat. Warum auch immer. Ich meine, er akzeptiert auch kein Gay Pride Emotes. Er hat Mr. Morgame gebannt. Sorry, Jungs, aber das war ne absolute 0 von 10. Das war der Lose der Woche. Leute, ey, ich hoffe, ich hoffe ganz ehrlich, dass diese ganze Thematik eventuell bald ein Ende findet. Das ist nicht irgendein Influencer-Beef. Ähm, da steckt noch viel mehr hinter, okay? Geht um Gaslighting, Manipulation, ähm, falsche Versprechen, falsche Freundschaften und sowas. Und ich finde, dass diese ganze Thematik um Anidak und jetzt Umge, ähm, einem sehr nahe kommen kann. Denn sowas passiert auch im Real Life. Das passiert nicht nur Influencern. Dieses perfekte Weltbild, dass es gerade Influencern nicht passiert, ist zerstört. Das ist vielleicht eine Sache, die ganz gut ist. Denn, Leute, Menschen, die im Internet die nettesten Menschen sein wollen, glaubt nicht alles, okay? Hey, ich meine, bei mir wisst ihr, dass ich ein B***er bin. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, dieses ganze Thema ist echt anstrengend. Klar, irgendwo mache ich daraus gerade Content. Judge me, so wie er hier. Ach, Mann, was für ein geiler Kommentar. Leute, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon hält. I don't know, Mann. Keine Ahnung. Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Fuck it. Ich mache auch OnlyFans bald. In dem Sinne verabschiede ich mich. Wir sehen uns demnächst bei einem nächsten Video. Ich freue mich. Haut rein. Ciao.